Warst du schon mal in den Bergen und hast dich gefragt, warum es auf der einen Seite regnet, während es auf der anderen Seite schön warm und trocken ist? Dies liegt weder an Pech noch an Zauberei, sondern an dem Effekt des Föhnwindes. Im Gegensatz zu anderen überregionalen Windsystemen, wie der Westwind trifft, ist der Föhn ein lokaler Fallwind, der immer an der Leeseite, also der windabgewandten Seite, von Gebirgen entsteht. Treffen Luftmassen von Süden auf die Alpen, werden sie zunächst zum Aufstieg gezwungen und kühlen dabei ab. Kältere Luft kann weniger Feuchtigkeit halten, weshalb der Wasserdampf ab einer relativen Luftfeuchtigkeit von 100% anfängt zu Wolken zu kondensieren. Das ist das Kondensationsniveau. Ab diesem Punkt kühlt sich die Luft langsamer ab, da dabei Wärmeenergie freigesetzt wird. Der Aufstieg setzt unter Wolkenbildung und Niederschlag fort, wodurch der Luft die Feuchtigkeit nach und nach entzogen wird. Sinkt das Luftpaket nun auf der anderen Seite wieder ab und wärmt sich auf, sinkt die relative Luftfeuchtigkeit schon oberhalb des Kondensationsniveaus unter 100%. Die Luft wärmt sich ab hier deutlich schneller wieder auf. Daher wird der Wind auf der Leeseite eines Gebirges, welche eine höhere Temperatur aufweist und trockener ist als der auf der Wind zugewandten Seite, Föhn genannt. Vielleicht kannst du bei deinem nächsten Ausflug in den Bergen sogar die typischen Föhnfische sichten.